Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die erste Runde im DFB-Pokal steht an, das hier ist der erste Teil. Es folgt morgen oder übermorgen noch ein zweiter Teil. Ich weiß nicht ganz, wie ich das zeitlich hinbekomme, aber er wird auf jeden Fall noch vom Wochenende kommen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten. Lasst gerne später einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefällt. Ansonsten soll es jetzt losgehen mit dem ersten Spiel Braunschweig gegen Hertha. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Los geht's! Die erste Runde des DFB-Pokals beginnt am Freitagabend mit dem Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC. Der Erstligist in der Favoritenrolle wollte dem von Beginn an gerecht werden und konnte das in der 12. Minute in den ersten Treffer des Tages ummünzen. Dodi Luke Bakio hier im Doppelpass lässt sich freispielen und schließt eiskalt ab. Und die erste Hälfte klar in der Hand der Herthana. Matthäus Cunha, diese Freistoßsituation sieht erst ungefährlich aus, aber Matthew Lecky steht genau richtig, wird von Luke Bakio mit der Hacke bedient. Das ist stark gespielt und so schnell steht es dann 0 zu 2. Eintracht Braunschweig im ersten Durchgang mal mit einem Nadelstich. Benjamin Kessel zieht in den Strafraum ein. Zipfui kann es nicht richtig klären. Kaufmann legt zurück das Ben Baller, der Schwolo aber nicht wirklich gefährlich testen kann. Verdeckter Schuss, aber kein Problem für den Herthana. Schluss mal 0 zu 2 nach 45 Minuten, das verdiente Resultat. Und der Hauptstadtklub wollte jetzt in der zweiten Hälfte schnell alles klar machen. Der dritte Treffer hätte wohl dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Lecky per Kopf wird hier von Schulz aber noch am gefährlichen Kopfball gehindert. Und so bleibt es erstmal beim 0 zu 2 die Minimalschance für Eintracht also weiterhin gegeben. Sie probierten dann nach vorne zu spielen, das eröffnete Räume für Hertha BSC und die nutzen sie gut aus. Plattenhard über die linke Seite geht durch, hat ziemlich viel Platz. Und am zweiten Pfosten Luke Bakio, der das 3 zu 0 auf dem Kopf hat, es aber versäumt in der 89. Spielminute. Danach war dann Schluss. Braunschweig verliert mit 0 zu 2. Der neue Zweitligist hat sich durchaus gut geschlagen, aber muss sich den Herthanern verdient geschlagen geben. Der 1. FC Nürnberg konnte sich mit einem blauen Auge in der zweiten Liga halten. RB Leipzig gegen PSG im Halbfinale der Champions League erst rausgeflogen. Das sind zwei Welten, die aufeinanderprallen im Max-Morlock-Stadion. Leipzig auch die bessere Mannschaft. Leimer zu Paulsen, das ist zu leicht. 15. Minute, das 1 zu 0 für die Gäste, schwach verteidigt von den Knobberern. Da darf man dem Dernen nicht so viel Platz geben, der dann vor dem Athen ja keine Probleme hat, den Ball zu verwandeln. Der 1. FC Nürnberg aber versuchte es auch nach vorne. Einige Neuzugänge mit dabei, Singh zu Geis, Schleusner in die Spitze. Und da wäre Singh dann um ein Haar gewesen, von Bayern 2 gekommen. Aber Philipp Czauner im Tor, der Leipziger, schmeißt sich auf den Ball. Der darf im DFB-Pokal mal wieder ran. Dann war Halbzeit, stand weiterhin also 0 zu 1. Nürnberg also noch komplett im Spiel, was das Ergebnis anging. Und sie bekamen Möglichkeiten. Köpke, Schleusner dazwischen, Klostermann vor die Füße von Nürnberger. Und das ist die hundertprozentige Tormöglichkeit. Die muss man eigentlich verwandeln. Glück für Leipzig, dass es hier nicht 1 zu 1 stand. Die Zeit lief langsam ab und Leipzig bekam größere Räume. Hang wie Can. Aber hier in der Situation von Christian Martenia, noch in der letzten Situation, in der letzten Sekunde gestoppt. Weiterhin 0 zu 1. Leipzig aber zum Schluss doch noch drückend überlegen. Dani Olmo über die rechte Seite. Überzahlspiel in der Box für RB Leipzig. 79. Minute. Christoph van Kunku macht den Ball rein. Auf dem ersten Pfosten wird er bedient. Er zielt das spielentscheidende. 0 zu 2. Aus Sicht der Nürnberger ist es ärgerlich. Aber trotzdem ist das ein verdientes Resultat. Der TSV 1860 München hat durchaus punktuell nachgerüstet und möchte gegen Eintracht Frankfurt eine kleine Überraschung an die Grünwälder Straße bringen. Und es sah nicht schlecht aus. Die erste Möglichkeit gehörte den Münchner Löwen in Person von Stefan Lex. Kevin Trapp muss eingreifen. Ist schnell genug unten. Er hatte beim Spiel gegen Spanien in der deutschen Hütte gestanden. Hier macht er seine Aufgabe wieder gut. Frankfurt brauchte etwas, um ins Spiel zu finden. Dann hatten sie aber einen genialen Spielzug dabei. Ragnar Arche, der Neuzugang, heute im Sturm aufgestellt. Macht den Ball rein. Verwandelt eiskalt zum 1 zu 0. Das war nicht verdient zu diesem Zeitpunkt, aber es geschah eben. Doch 1860 ließ sich davon nicht einschüchtern und antwortete. 24. Minute. Daniel Wein mit dem Ausgleichstreffer. Gegen absolute Ordnung. Wunderbarer Abschluss. Da ist nichts zu halten für Trapp. Es ging mit dem 1 zu 1 in die Pause. Die Elf rund um André Silva war nicht wirklich gut drin in dieser Partie. Und der zweite Durchgang offenbarte ein ähnliches Bild. Sehr viel Freiräume. Dafür Richard Neudecker von Venlo zurückgekommen. Und er erzielt das 2 zu 1. 55. Minute. Der Rückkehrer schlägt ein. Und Frankfurt komplett von der Rolle. Nächste Möglichkeit. Tallig. Ein weiterer Neuzugang, der sich heute beweisen konnte, verfehlt hier denkbar knapp. Frankfurt konnte sich einfach keine Möglichkeiten mehr rausspielen und hinten auch teilweise extrem offen. Tallig setzt sich gegen Dika durch. Moll. Gutes Auge. Und Sascha Müll das. Um ein Haar mit dem 3 zu 1. Und um ein Haar mit der Entscheidung. Haarscharf ging der Ball vorbei. Aber es sollte für den TSV 1860 München nichts mehr anbrennen. Sie gewinnen tatsächlich mit 2 zu 1 sogar nach einem Rückstand. Aber die 90 Minuten betrachtet ist der TSV der rechtmäßige Sieger. Um ein Haar hätten diese beiden Mannschaften sich in der 2. Bundesliga in der kommenden Saison getroffen. Aber Ingolstadt schaffte die Relegation gegen den 1. FC Nürnberg nicht. Die Schanzer aber in den roten Trikots durchaus gewillt hier Düsseldorf aus dem Pokal zu schießen. Dann Preißinger, Neuzugang im zentralen Mittelfeld aufgestellt. Scheitert hier ganz knapp. Raphael Wolf im Tor der Düsseldorfer mit etwas Glück in dieser Situation. Dann aber auch Düsseldorf nach vorne. Hennings legt raus. Ophori. Und da ist Edgar Pripp an die Latte. Nochmal der 2. Kopfball. Der sitzt dann in der 12. Minute 1 zu 0 für die Gäste. Weil Buntic da durch den 16er irrt. Und unter dem Strich schlecht aussah. Doch der FC Ingolstadt war hier keinesfalls unterlegen. Sussek ein paar Übersteiger. Dann der Ball in die Schnittstelle. Heinloth legt quer. Da ist Philippe Bia. Ausgleich 5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Das war in Ordnung dieses Ergebnis. Düsseldorf fand zwar mehr Stabilität, aber trotzdem war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Hennings noch ziemlich unzufrieden mit dieser Leistung. Das konnte er auch sein. Die Fortuna nicht gut drauf. Und man merkte hier keinen Klassenunterschied. Ingolstadt im 2. Durchgang. Ähnlich bissig. Sussek zu Preißinger. Der hatte noch kein Glück. Diesmal ist es Wolf, der parieren kann. Starker Schuss. Wenn der ganz flach kommt, führt das möglicherweise zum Treffer. Ansonsten war nicht viel los im 2. Durchgang. Es ging also in die Verlängerung. 120 Minuten mindestens sollten jetzt herhalten. Also Ingolstadt die noch etwas bessere Mannschaft. Jean Zimmer kann sich jetzt aber mal durchsetzen. Vielleicht eine Einzelaktion. Flanke. Oh, Fori. Aber mehr als das war es auch nicht. Geht dann deutlich vorbei dieser Schuss. Der war nicht leicht zu nehmen. Immerhin mal wieder eine Abschlusssituation. Aber damit konnte man die Düsseldorfer Fans daheim auf der Couch sicherlich auch nicht begeistern. Doch die Verlängerung war jetzt etwas besser geführt. Zimmermann zu Borello. Und der wird umgehauen von Paulsen. Der ärgert sich. Aber das war zu ungestüm. Und Hennings hat die Chance, hier auf 2 zu 1 zu stellen. Ingolstadt gegen die Puste aus. Das sah man jetzt. Und Hennings versetzte ihn den vermeintlichen Todesstoß. 110. Minute. Das 2 zu 1 für die Gäste. Buntic entscheidet sich für die andere Ecke und ist dann machtlos. Letzte Aktion nochmal. Wolfram mit der Ecke und Paulsen per Kopf. Aber er verzieht. Und das ist schmerzhaft für Ingolstadt. Die ersten 90 Minuten gingen klar an die Schanzer. In der Verlängerung wurde dann Düsseldorf besser. Und verdient sich dieses 2 zu 1. Trotzdem ist es unter dem Strich ein durchaus glückliches Resultat. Der KSC wollte es im Wildparkstadion mit dem 1. FC Union Berlin aufnehmen. Die Eisernen aber von Spielbeginn hellwach. Teuchert legt raus zu Bülter. Ein kleiner Übersteiger und schon das 1 zu 0. Vierte Minute. Die Gäste gehen blitzschnell in Frontier. Kein richtiger Übersteiger. Einmal den Ball mitgezogen mit der Sohle. Stark von Bülter gemacht. Und Teuchert schließt dann zum Treffer eiskalt ab. Und Karlsruhe konnte sich hier nicht wirklich akklimatisieren. Sebastian Griesbeck, Prömel hier im Zusammenspiel. Das geht viel zu einfach. Prömel bleibt im Ballbesitz. Gentner. Wow, was für ein Strich. Neunte Minute. 2 zu 0. So, dass der KSC erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht wurde. Dann aber fanden sie etwas besser rein. Gondorf legt den Ball raus. Bekommt ihn hier wieder. Jerome Gondorf. Schuss von Knoche abgefälscht. Der Eckball brachte da nicht sein. Vor dem Seitenwechsel dann nochmal eine Standardsituation für den 1. FC Union. Berlin in der vergangenen Saison war das auch eine große Stärke der Elf von Urs Fischer. Und sie bleiben dran. Friedrich zu Ingwatzen. Quer gelegt Knoche bleibt in der Situation drin und macht in der 36. Spielminute das 3 zu 0. Und vermutlich in dieser Partie schon die Entscheidung. Das tat dem KSC sicherlich sehr weh, aber sie mussten sich einfach eingestehen. Union war hier mindestens eine Liga besser. Es änderte sich nicht viel. Ingwatzen mit der Flanke. Bülter zum 4 zu 0 in der 63. Jetzt war endgültig alles klar. Und es wurde richtig heftig für den Zweitligisten. Da ließen dann die Kräfte nach. Auch der Glaube dran. Wurde nicht größer. Teuchert zu Gentner. 90. Minute der Schlusspunkt in einem doch im Endeffekt sehr einseitigen Spiel. Der 1. FC Union Berlin gibt sich keine Blöße. Gewinnt mit 5 zu 0 gegen den KSC. Zieht in die nächste Runde ein. Und so kann man dann auch mit breiter Brust in die Bundesligasaison starten. Der FC Carl Zeiss Jena spielt momentan in der Regionalliga Nord-Ost. Und da hat die Saison schon begonnen. Es war ein holpriger Start der SV Werder Bremen hier. Also klar in der Favoritenrolle. In den dunklen Trikots dann durch Chong auch die erste Möglichkeit. Flemming Niemann im Kasten des FC Carl Zeiss Jena kann sich direkt mal auszeichnen. Der Ball ins kurze Eck muss dann aber auch allerdings pariert werden. Der SV Werder Bremen aber machte es sehr gut. Chong sehr schöne Übersicht. Johannes Eggestein im 16er nimmt den Ball auch gut mit. Zieht ihn einmal zurück. Gruev zu Mühlwald. Gute Aktion lässt er seinen Gegenspieler ins Leere laufen. Und nach 20 Minuten stand es 1 zu 0 für die Gäste. Unten links rein. Diesmal für niemanden nicht zu halten. Aber dann fand Jena plötzlich rein. Eckert. René Eckert kann querlegen. Macht selber. Scheitert an Capino. Aber im zweiten Versuch macht das dann. 43. Minute der Ausgleich aus dem Nichts. Aber er brachte zumindest das Remis zum Halbzeitpfiff. Bitten, Kurt und Co. doch ziemlich bedient. Das hatte man sich etwas anders vorgestellt. Man hätte das 2 zu 0 auch durchaus erzielen können. Zweiter Durchgang. Bremen natürlich spieldominant. Aber wo waren die richtigen Akzente? Jetzt vielleicht mal Selke zu Gruev. Und da war es. 59. das 2 zu 1. So schnell kann es dann auch gehen. Selke bindet 3 Spieler. Sodass keiner das Auge für Gruev hat. Der geht durch und schließt ab. Doch Jena gab sich noch nicht auf. Jan. Quergelegt. Eckert. 2 zu 2. 73. Minute. Das gibt es doch gar nicht. Der FC Kalt heißt Jena nicht tot zu kriegen. In dieser Partie erzielt den Ausgleich. Und jetzt war es für Jena erstmal nur ein Durchhalten bis in die Verlängerung. Bremen kam aber. Gruev. Johannes Eggestein. Super Parade von Niemann. Fährt er die rechte Pranke aus. Und verhindert den Treffer in der 81. Minute. Dann ging es also tatsächlich in die Verlängerung. Der FC Kalt hat als Jena noch einmal 30 Minuten extra bekommen. Für den SV Werder Bremen sind das Minuten, die man sich auch gerne gespart hätte. Bremen wurde allerdings nicht nervös. Spielte das dann gut runter. Jena mit kleineren Fehlern. Eggestein. Johannes Eggestein. 3 zu 2. In der 97. Minute. Und damit war beim FC Kalt heißt Jena der Stecker gezogen. Sie schafften es nicht mehr sich aufzurappeln. Und müssen sich dem Bundesligisten mit 2 zu 3 geschlagen geben. Es war ein toller Kampf des FC Kalt heißt. Aber sie waren unter dem Strich die schwächere Mannschaft. Und scheiden so in der ersten Runde aus dem Wettbewerb aus. Das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Die nächste Prognose kommt dann morgen oder übermorgen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bis dann. Danke fürs Reinschalten und Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.